Herzlich Willkommen meine Lieben. Heute gibt es also wieder ein super leckeres Teilgericht mit Mami und Mo. We are ready to rock the walk. Und heute gibt es Blalui Suan. Auf deutsch würde es heißen Fisch, das durch den Garten rockt, durch den Garten schwimmt. Eines meiner Lieblingsgerichte. Oh Molina, mein Lieblingsgericht. Es ist ein frittierter Fisch mit ganz vielen thailändischen Kräutern wie Zitronengras, Chilis, Schalotten und noch viel mehr. Und das alles in einer leckeren Tamarindessoße. Da zeigen wir euch dann alle Zutaten, die wir brauchen, gell? Sie kommen alles mit zu uns. Wirklich, kommt mit, okay. Schüpp, 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 ab geht's in die Küche. Das ist vom Garten. Guck mal Leute, schaut euch, das ist ein Pfefferminzwald. Guck. Hallo, hallo, wo seid ihr? Wir haben Ingwer. Klein geschnitten, gell? Richtig lecker, ich liebe Ingwer. Zitronengras, ich liebe Zitronengras, auch noch so gesund. Kefirblätter. Und Flürgingswiebel. Und, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch, Mami? Eurogras. Ich weiß, Eurogras oder Sägeblatt-Koriander. Mmh, leckere Kirschennüsse. Immer probieren. Das wird ein bisschen üblich. Einen großen Fisch habe ich gefangen. Schon fertig. Das stimmt. Aus dem Teich gehüpft und schon fertig gebraten. Komisch. Haben wir wieder Magic Garden im magischen Teich. Genau. Kinder haben gesagt, oh Mami, wie kommt denn bei dieser Sendung, der Fisch ist schon fertig. Die Kinder kennen nur Fischstäbchen. Ja, heute machen wir keine Fischstäbchen. Und deswegen machen wir jetzt hier erstmal drei bis vier so Streifen in den Fisch hinein auf beiden Seiten, damit es eben nachher beim Frittieren überall gut durch und so richtig schön knusprig ist. Aber hier kommt vorher noch Salz über den ganzen Fisch, auch auf beiden Seiten. Und dann wird der Fisch vorsichtig hier im heißen Öl reingelegt. Auf beiden Seiten knusprig goldenbraun frittieren. Dorade, gell? Dorade, ja. Und am, ja genau, Dorade. Und ich habe getauft ein Stück. Es ist 392 Gramm dieser. Die Zutaten für die Soße. Und zwar haben wir dafür einmal Tamarindesaft, gell? Ja. Und stilles Wasser. Ja. Und Fischsoße. Ja. Und was war noch? Palmzucker. Palmzucker. Ganz genau. Richtig. Hitze an und rein in den Topf mit Palmzucker. Da geben wir etwas stilles Wasser hinzu und rühren das Ganze um, damit der Palmzucker sich schön auflösen kann. Dann kommt hier schon lecker süß säuerliche Tamarindesaft. Und nochmal alles verrühren. Dann Fischsoße hinzugeben. Und nochmal alles verrühren und kurz abkühlen lassen. Und schon geht es los, Leute. Wir geben hier Chilis und Schalotten in unsere Soße, die schon etwas abgekühlt ist. Das wird kurz umgerührt. Und jetzt geben wir es über den gesamten Fisch. Mmmmm. Und nun folgen alle Kräuter, die wir vorhin fleißig geschnippelt haben. Zitronengras, Frühlingszwiebel, hier Sägeblatt, Koriander, leckere Schalotten. Ingwerstückchen, unsere frittierte Cashewnusskerne. Oh ja, mehr davon. Und am Ende noch erfrischende Pfefferminze. Kein Wunder, dass dieses Gericht Blaluisuan heißt. Blaluisuan, also der Fisch, der den Garten rockt. Und das schmeckt so lecker, Leute. So schön säuerlich, süßlich, ein bisschen scharf. Und dann habt ihr all diese erfrischende Kräuter, all diese Aromen. So schmeckt Thailand. Und wenn sie haben keine Cashewnuss, sie können dann mal nie überall die benutzende Essnuss. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, Leute. Ist einfach, nicht so schwer. Und gesund auch. Stimmt, auch noch gesund. Ich rede gerne davon wie yummy. Es ist gesund, habe ich ganz vergessen. Nebenbei noch gesund. Wir wünschen euch einen wunderbaren, guten Appetit. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch und auch über ein Herz für euch. Macht es gut, Leute. Passt gut auf euch auf, gell? Bye, bye. Satika. 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 Tada was. und второй. Menschen, die kann es nicht wieder ersta Arizona.